Erfahren, diskret und hocheffektiv. Das ist Peter Fürnweger, der Fahnder. Berufsdetektiv, Personenschützer, Sicherheitsexperte, der Ihren Fall erfolgreich im Visier hat. Über 20 Jahre Erfahrung im staatlichen Polizeidienst, davon 10 Jahre Kriminaldienst und Sondereinheiten. Der Fahnder besitzt untrüglichen Instinkt. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Privatkunden, Unternehmen und Konzerne, Banken und Versicherungen, Botschaften und Organisationen, Hotels und Eventagenturen beauftragenden hochkompetenten Ermittler und Sicherheitsexperten, egal ob es Ehebruch mit In- und Auslandsobservation, heikle Wirtschaftsdelikte, Sicherheitsconsulting, Beweismittelbeschaffungen, VIP oder Personenschutz ist. Für viele Rechtsanwälte ist der Fahnder der Joker, der bei routinierten Ermittlungen größten Wert auf gerichtsverwertbare Beweise legt.